Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Die Welle spielte mich von Bord, da waren wir nur noch zwei, und ein Pfeifung riss mich im Horn. Ich lachte nur dabei, dann zog ich mir die Jacke aus und holte alle beide raus. So tun Matrosen ihr Wett nicht, und sie öffnen sich nicht. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, keine Angst, Rosmarie. Wir lassen uns das Leben nicht verwittern. Keine Angst, keine Angst, Rosmarie. Und wenn die ganze Erde weht, und die Welt die ganze Name hebt, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, keine Angst, Rosmarie. Keine Angst, Untertitelung des ZDF, 2020